Auf die Pätze, jetzt kann ich los. Auf welche Lücke wollt ihr? Ja, mit dem ganzen Ziel, okay, das Beste. Weil, um den Böbelus viel zu rein gedauert, dass wir ganz in Bette kommen dürfen. Und, ja. Ja, ja. Ja, ja. Auf die Pätze, fertig, los. Der hat auf die Pätze, fertig, los. Ja, was wollen wir machen, Frau Drung? Ja, ihr habt etwas gegen uns heute. Gestern hat es alles wundern, was ist zu mir. Aber, äh, das ist ja auch so, dass die Geräte einfach besser läuft als am Ende. Auf die Pätze, fertig, los. Drücken die Daumen. Zu früh eingeliegt war gerade der Kommentar. Ja, leider, aber es war halt. Wir haben gleich gedauert. Ciao.